in mir und Rolk und Köln zum Sack im Detail den Kronen also er hat ihn auch noch abgeschlossen er ist aber schon dann hat sich jetzt vorbeigeschossen schon wieder mir hat vom Weg ab jetzt sie die Meister ist Ja, wir sind da wieder zurück, hopp. Hier ist die Erz... Ah, da ist noch ein Erz, das ist... Ach, also ein blöder Dschungelcamper. Ich bin oben. So. Da geht's hoch und talala, das haben wir schon. Oh ja, das war auch eine blöde Quest. Da musst du jetzt einen Typ anlabern, musste sich in so ein Viech verwandeln lassen. Cool. Ah, ja, 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 3 hast du echt cool. Und ich war dagegen, dass jetzt ein bisschen übelst lange ist, aber einfach angepost, angepost, genau. Da musst du ja irgendwie solche Raupen raus und Dinge rausholen, dann kann ich... Hier ist eine reichartige Kupferader, das kann euch vielleicht interessieren. Da sind neun Stück drin. Oder zehn. Zehn Kupferer, das ist echt gut. Alter! Scheiße, das wollte ich gar nicht. Ja, ich muss mich kurz zum Scheiße wandern. Was müssen wir denn alles hier machen? Ich versteh's gar nicht. Was tut hier? Also, hier sprechen wir, da in der Natur zu werden, ja, ja. Wie ist denn da? Ah, ja. Wir sehen echt geil aus. Oh, boah, nee. Boah, nee. Boah, das ist so ein Klo-Monster von den Werbungen. Wann, was soll das denn Pollen verbreiten? Ah, cool, drücken wir die vier. Also, das ist so ein Klo-Monster. Ganz in diesen abgestorbenen Gebieten, wo so... Entweckst du die überleihen. Die abgestorbenen Pflanzen hier. Ey, du kannst die Hacken hier, die Sachen. Ey, 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 ey. Was ist gar nix, mit meinem Alter. Das ist so ein Klo-Monster. Weil die sind nicht so krass wie bei... Bei London, Paul, ist da was echt gut dabei. Ja, da war's in Berlin. Gerade die Profiler hatte, die hat 3.TL... ... participant bezahlt der 30.000 Euro für den Gämmen dort gibt die Führer sagt die Führer ist anders Wort für gestörter Herr Schauer an die Begräufe ich bin so Krimi TV wir kommen in die Küche um der Kreis Kackei es geht auch so ist das Leben ich habe ihn und ich halte sie als er ist es so Kinder bemuten das wollte ich gerade nicht und auch vielleicht wollte ich das mögliche Pollen verbreiten wo ich in diesem Toten die Klinik die Allover der Aufbauung und wo es nur ein Wunderschuss die da hin kurz vorbreiten oder einmal so fette auf den boden dätschen schon wie ein nippelmaß dätsches auch zählte zehn kopieren und sich in der wahl des Dienstes er hat sich erst fertig er kann ich weg machen gestört durch neue europa ich bin oder er dort ist tot ist mit dem ob ich an sie bin heute wurde hat aber auch vor allem gelingt er hat immer ich probiert euch zu helfen ja bewegt er wird mein Leben in der Nähe Herr was das so er ist erlaubt im bringt es mir etwas jetzt hast du wieder volles Leben bis jetzt vorweg dadurch Nein, oh, das döde Gift hat mich gekriegt und du kannst jetzt die zweite Waffenfertigkeit auswählen Also ganz, äh, zweite Waffe Da wollte ich doch den zweiten Start nehmen So Ich kann's dann Kannst du mit dem Ding da wechseln hier mit dem Dächle oder was ist das? Akzent so komplex Ja, verstehe schon, danke Kannst du die Waffen wechseln BD Okay, Clemens dann ganz fertig hatte Gut ein paar Augen noch killen Du hast keine Sense, Moritz Ja, ja Ja, ich hab zwei einen Start Also es gegeben, Clemens Ähm Was ein Blödsinn Ja, bringt was Ähm Da rein Alter, sobald die Bewegung so fähig sind, da hab ich sie voll am Sack, da hab ich sie voll am Pullo Ich hätte, Junge, du bist voll am Sack, aber wir waren hier gerade ein letzter Dödelmann Nicht ein letzter Röbs nachts Ja, hast du noch ruhig zurückgehältig gemacht So, der will ab Da sind halt die Nerven der Nationen Äh, äh, äh Die alte Leute Äh, äh, ich reiß es mir gerade raus So, reisen wir zum Strand, oder? Wo, 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 wie bitte? Aber der Reichhaltige Kupferader Ja, davon hab ich doch die ganze Zeit geredet Ja, da hab ich, das hab ich vorgehört, dann hab ich's vergessen Ja, rein damit, boah, das ist ein richtig dicker Oschi Ach Na, das hat, äh, zehn Stück drin Darauf noch mal abhacken Yeah, Tigeraugenkiesel Dann mehrmals hacken, dann sind sie fertig Alter, wie sie da immer ihre Beine darauf streckt, ey So richtig Tanga-Strap Yeah, Türkis-Kiesel So, okay, jetzt reißen wir doch gleich mal, oder? Ja Ich würde sagen, dass wir jetzt gerade direkt nach oben weisen Ja, einfach mal, Herzchen-Quest Wir sagen, direkt zur Haupt-Quest Ja, Äh, ich würde sagen Ich würde Ehren-Laser-Bucht sagen, oder? Ja, das ist doch, äh, das ist am nahesten meine Haupt-Quest Ja, dann machen wir erstmal die Neben-Quest hier fertig Ja, also, auf geht's Dann gehen wir zur Ähren-Laser-Quest Wo wir direkt dran stehen So Oh, hier, Helft, der Mitarbeiter, Helft, da, äh, zu sammeln Sandhaufen zu suchen, Vogelschein zu bauen Sie haben das Siamut zu benutzen Ah, wo sind, wo sind die Schaufeln? Okay, Schaufel Genau, hier hast du die gebraucht Da, 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 okay Ja, wir liegen überall Schaufeln rum Man kann's mit Steuerung drücken, dann musst du an die Sandhaufen An die Sandhaufen gehen und F drücken, dann kann sie graben Sandhaufen Oh, du hast noch Raub ausgegraben Ja, ich mach die später, die Mops-Quest einfach schnell weg und hol all den Sandhaufen Hey, den, hä, der Schaufel verkloppen Ah! Ich hab grad sonst so ne Mega-Frucht auf den geworfen Was? Scheiße, jetzt hab ich Gras-Sack Das war noch ne Schaufel Wieso irre verdreht, wenn du mit der Schaufel Moment, ich war noch ein Schaufel Scheiße, jetzt ist mein Fuß eingeschlafen Das ist so übelte Bauer Alter, Scheiße, mein Foot Okay Okay Äh, das war so Ja, man, das war ja so, wie bei GTA hier Äh Äh Ja, oder auch die Bauer, äh, wo kämen sie nicht Die erste Mal GTA gespielt haben, wir haben nur noch gelacht, ey Äh, das war so genau Ich hab' die Bullenlosgehung, die sind so, die sind so, die sind so, die scheiße Sind so, die 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 sind auch Ey, Mann Ey, Mann Ja, auf September Friss! Meine Schaufel! Du stirbst jetzt! Wo? Wo? Only noch einen Alter, ein Nein, ein Hoden-Sack Da Oh yeah, mach' ich Ein echter Hut, sagt man. Der legt auf dem Boden, wir dreschen weiter ein. Wenn wir die retten, dann kriegen wir auch was dazu. Ach, die NPC hier. Die NPCs retten. Ja, man kriegt was dazu. Jetzt gab es hier den kleinen Spielstil.